Willkommen zu einem weiteren Video und heute gibt es einen Spieler, den dein Bundesliga-Klub verpflichten muss zur neuen Saison 22-23. Doch was heißt das genau? Ich habe mir von jedem Verein den Kader angeschaut, inklusive natürlich den neuen Transfers, die schon getätigt sind. Ich habe geschaut, wo Schwachstellen sind, wo man quantitativ oder qualitativ unterbesetzt ist und dann halt eben geschaut, welcher Spieler diese Lücke schließen könnte, wobei der Neuzugang halt realistisch sein sollte und auch finanziell ins Budget passen sollte. Wir gehen das Ganze tabellarisch nach der Vorjahrestabelle durch und damit fangen wir an mit dem FC Bayern München. Generell braucht man bei Bayern meiner Meinung nach mal wieder einen richtigen Defensivsteigensechser, wie man es damals mit Javi Martinez für die wichtigen Spiele hatte, weil Kimmich, finde ich, dann doch oft zu offensiv denkt. Aber ich gehe jetzt mal nach der aktuellen Lage und Situation davon aus, dass Lewandowski gehen wird und dann wäre neuer Stürmer die wichtigste Verpflichtung. Eigentlich fände ich dafür Schick den perfekten Ersatz, da ich da sehr viele Parallelen zwischen ihm und Lewandowski vor allem auch im Werdegang, aber auch im Spielerischen sehe. Allerdings hat er ja gerade seinen Vertrag verlängert. Daher ist mein Call Romelu Lukaku. Lukaku ist unglücklich bei Chelsea, möchte unbedingt zu Inter Mailand zurück. Chelsea hat jetzt wohl auch das Go gegeben, ihn zu verleihen. Allerdings kann ihn Inter sich eventuell eben nicht leisten. Und da könnte der FC Bayern dazwischen grätschen und Lukaku irgendwie verpflichten. Sei es mit Laie plus Kaufoption oder einem höheren Millionenbetrag im Bereich von 70 Millionen, so ungefähr. Seine Qualitäten sind unbestritten und zudem wird er noch mehr Tempo ins Bayern-Spiel bringen. Außerdem hat Bayern ja schon gute Erfahrungen damit gemacht, Top-Spieler, die gerade unglücklich bei einem Top-Verein sind, dann zu holen und sie zu alter Form zurückzuführen. Stichwort Arjen Robben. Kommen wir zu Borussia Dortmund und da gibt es ja aktuell Gerüchte zu David Raum, aber auch zu Sascha Kalejcic. Und ich finde eine Raumverpflichtung wäre auf jeden Fall wichtig, aber bringt halt nichts, wenn es vorne drin keinen Abnehmer für die Flanken gibt. Und da ich hier nur einen Transfer machen darf, ist meine Wahl Sascha Kalejcic. Kalejcic wäre auf jeden Fall wichtig, dass so ein Spielertyp wie er es ist, vorne drin bei Dortmund fehlt. Und ohne den wird es auf jeden Fall nächste Saison schwierig gegen tiefstehende Gegner. Außerdem bringt er halt einfach die nötige offensive Flexibilität in den Dortmunder Kader. Und das sollte auch bezahlbar sein, wenn man jetzt, ich sag mal, den ganzen Müll aus dem Kader verkauft bekommt. Also Nico Schulz und so weiter. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Als drittes nun Bayern 04 Leverkusen und die sind offensiv wie defensiv sehr gut aufgestellt. Man könnte vielleicht über den Torwart nachdenken, da Radetzky nicht mehr ganz auf dem Top-Niveau ist. Und vielleicht einen Leno zurückholen oder Ortega ablösefrei verpflichten, was meiner Meinung nach beides ein Upgrade wäre. Allerdings ist Radetzky der Kapitän und ich will mir hier das Ganze jetzt nicht unbedingt anmaßen. Daher habe ich mich für einen neuen Sechser entschieden, der früher oder später Aranguys ersetzen soll. Und zwar könnte das Ganze Nikola Seywald von RB Salzburg sein. Als Zweikampfsteiger Sechser ist er bei Salzburg absolut gesetzt, sei es in der Liga oder auch der Champions League. Er hat dazu auch noch acht Vorlagen in der Liga geliefert, was ein stärker Wert ist. Er bringt jetzt nicht unbedingt die absolut krasse Füße mit sich, ist dafür aber ein sehr intelligenter Spieler, der auch immer das Auge für seine Mitspieler hat. Der nächste Champions League Teilnehmer, ich wollte gerade der letzte sagen, aber es kommt ja später noch einer. Aber jetzt erstmal RB Leipzig. Und da habe ich erstmal an so einen Spielertypen, wie es damals Werner war, gedacht. Zum Beispiel einen Openda von Vitesse Arnheim. Aber habe dann herausgefunden, dass es im Umfeld heißt, dass man eigentlich nur einen Transfer tätigen will und den Kader ansonsten beisammen behalten will. Und bei dem Transfer soll es sich um einen Zweikampfsteigen und auch physisch steigen Sechser handeln. Die perfekte Lösung wäre dabei meiner Meinung nach Ibrahim Sangaré von der PSW Eindhoven. Er ist ein physisches Monster, dadurch sehr zweikampfstark, aber gleichzeitig eben auch trotz seiner Größe von 1,91 Meter spielerisch auf einem guten Niveau. Und so scheut er sich nicht, eben auch mal ins Dribbling zu gehen. Er wäre wirklich die perfekte Lösung. Er kann auf der alleinigen Sechs spielen, wie man es ja bei Leipzig unter Tedesco des Öfteren gemacht hat. Gleichzeitig kann er aber auch vorne mit Wucht in den Strafraum stoßen und mit seiner Größe das ein oder andere Kopfballduell für sich gewinnen. Man müsste ihn mit seinem Marktwert von 24 Millionen Euro wohl zum neuen Rekordtransfer machen. Es wird von einer Ausstiegsklausel von 30 Millionen gesprochen. Aber das Geld ist ja bekanntermaßen da und es würde sich auf jeden Fall lohnen, da der Ivora mit 24 Jahren auch noch weiteres Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln. Bei Union Berlin können wir es kurz halten. Der Kader ist schon breit und man holt das Beste aus dem Kader raus, was man nur kann. Aber man braucht einen besseren Torwart. Jetzt mittlerweile hat man sogar Lute abgegeben. Man hat eigentlich nur noch Renault, der eigentlich eine gute Nummer 2 ist, aber jetzt für eine Nummer 1, für einen Euroleague-Teilnehmer sehe ich jetzt nicht unbedingt. Deshalb muss man alles auf Ortega setzen. Man muss ihn ablösefrei holen. Er ist einer der besten Bundesliga-Torhüter und es wäre einfach ein genialer Transfer. Beim anderen Europa-League-Teilnehmer, dem SC Freiburg, sucht man zum einen einen Achter mit Offensivdrang und zum anderen einen Stoßstürmer. Auf der Acht hat man Optionen auch aus der Jugend. Zum Beispiel kommt ein Robert Wagner in den Profikader. Allerdings hat man aus der Jugend keinen richtigen Stürmer, wie man ihn sucht. Deshalb habe ich mich dafür entschieden. Und zwar sucht man einen Stoßstürmer, der eben eiskalt vor dem Tor ist und auch die Tore macht, da man das so nicht im Kader hat. Und meine Wahl ist letztendlich auf Artem Dovbük von SK Tnibro gefallen. Er ist Ukrainer und wurde Torschützenkönig der abgebrochenen ukrainischen Liga. Er konnte in 17 Spielen 14 Tore und 5 Vorlagen für seine Mannschaft beisteuern. Aufgefallen ist er mir bei der Nationalmannschaft, bei der er in wenigen Kurzeinsätzen auch schon drei Tore und eine Vorlage vorzuweisen hat. Mit seiner Größe von 1,89 Meter ist er ein guter Kopfballspieler, aber dennoch auch technisch gut und hat auch das Auge für seinen Mitspieler. Gleichzeitig ist er auch nicht allzu langsam und wäre für den Sportklub mit einem Marktwert von 5 Millionen Euro auch absolut bezahlbar. Beim 1. FC Köln sucht man einen Stürmer, einen Sechser und einen Linksverteidiger, der im Optimalfall auch Innenverteidiger spielen kann. Aber man muss halt gleichzeitig extrem sparen aufgrund der finanziellen Situation. Daher habe ich mich für einen ablösefreien Transfer entschieden, und zwar in Person von Strüger Larsen, der aktuell noch bei Udinese Calcio unter Vertrag steht, wo der Vertrag logischerweise ausläuft. Trotz seiner 31 Jahre überzeugt er aktuell noch in der Nationalmannschaft Dänemarks auf Topniveau. Er ist beidfüßig und kann auf allen Positionen in der Defensive spielen, sei es eben Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, er kann auch als Schienenspieler links und rechts spielen in der Dreierkette oder eben auch als Innenverteidiger in der absoluten Not. Sein Gehalt sollte zu Stämmen sein und er sollte aufgrund seiner drei Jahre bei Austria Wien auch noch die Grundkenntnisse der deutschen Sprache innehaben, was auf jeden Fall auch kein Fehler ist. Zudem kann ihn der FC mit internationalen Spielen von einem Wechsel überzeugen. Er würde dann also die Linksverteidiger- und Innenverteidigerposition abdecken und eventuell auch die Sechserposition, da Hector somit von der Linksverteidigung ins Mittelfeld vorrücken könnte. Bei Mainz sucht man noch einen großen Stürmer und einen kreativen offensiven Mittelfeldspieler. Offensive Mittelfeldspieler hat man schon, wohingegen der Spielertyp Stoßstürmer vorne drin neben den spielstarigen Boykert, Onisivo und Ingwarzen noch fehlt. Deshalb ist meine Wahl Thomas-Ori von Venedig, die ja bekanntermaßen aus der Serie A abgestiegen sind. Dort hat er neun Tore und drei Vorlagen vorzuweisen, wobei er keine Elfmeter geschossen hat. Der 27-jährige Franzose überzeugt dabei vor allem mit seinem Kopfballspiel und seinem Killerinstinkt vor dem Tor, ist allerdings spielerisch limitiert. Er würde Mainz gut ergänzen, wäre mit einem Marktwert von 5 Millionen Euro auch zu finanzieren und hat gleichzeitig auch nicht unbedingt den Anspruch, jedes Spiel zu spielen bzw. zu starten und kann eben auch mal als Joker bei einem Rückstand beispielsweise ins Spiel kommen. Bei der TSG Hoffenheim wird Neutrainer Breitenreiter dauerhaft mit einer Dreierkette spielen. Bei Zürich hatte er sieben Innenverteidiger, wovon drei Linksfuß waren. Bei Hoffenheim hat man jetzt als Linksfuß nur den Kapitän Hübner, der aber aufgrund von Rückenproblemen fraglich und immer mal wieder raus ist. Deshalb ist meine Wahl Facundo Medina vom Erzilans. Der kann genau diese Position des linken Innenverteidiger in einer Dreierkette perfekt ausüben. Der 23-jährige Argentinier ist Linksfuß und fällt vor allem dadurch auf, dass er immer gerne den Gegner antribbelt. Sein Passspiel ist dabei sehr gut und bei den schusserzeugenden Aktionen gehört er zu den besten Europas aus seiner Position und er ist außerdem auch zweikampfstark. Seine Schwäche ist allerdings bei einer Größe von 1,84 Meter sein Kopfballspiel. Durch seine Kreativität von hinten heraus könnte er Breitenreiter vor allem im Ballbesitz helfen, denn trotz der Meisterschaft bei Zürich war es so, dass man meist nur mit weniger Ballbesitz gewinnen konnte und sobald der Gegner einem den Ball überlassen hat, hat man oft nur unentschieden gespielt oder verloren, weil man eben nichts mit dem Ball anzufangen wusste. Bei seinem Marktwert von 11 Millionen müsste man allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen, könnte ihn aber mit der Aussicht auf eine gute Saison und damit dann europäische Spiele in der Folgesaison einen Tick eher überzeugen, wie jetzt Lors, wo er aktuell ist, weil bei denen ja höchstwahrscheinlich ein Ausverkauf der Topspieler stattfinden wird. Bei Gladbach braucht es meiner Meinung nach noch einen Stürmer, aber man sucht auch einen Innenverteidiger und einen Sechser und deshalb habe ich mich jetzt einfach mal für Itakura entschieden. Der deckt eben beide Positionen ab und hat letztes Jahr in der zweiten Liga gezeigt, was er drauf hat und sollte für Gladbach im Gegensatz zu Schalke auch bezahlbar sein und wäre eben eine gute Ergänzung für den Kader. Bei Frankfurt ist es für mich klar und deutlich Wout Wechrost. Man hat vorne drin zwar Boré und jetzt auch Colomuani, aber das sind beides eher Spieler, die hinter oder neben einer klassischen Spitze spielen, welche man halt so aktuell nicht im Kader hat bzw. eben nicht auf dem nötigen Niveau. Zudem möchte Glasner ja auf eine Viererkette umstellen und da würde Wechrost, der das System gut kennt, auf jeden Fall helfen, denn er kennt Glasner ja aus Wolfsburg, er konnte im ersten Glasnerjahr bei Wolfsburg in 43 Spielen 20 Tore und 6 Vorlagen beisteuern und im zweiten Jahr sogar 25 Tore und 9 Vorlagen in 2 Spielen weniger. Er hätte somit wohl keine Anlaufschwierigkeiten in Frankfurt und ist eben genau der fehlende Knipser vorne drin, der aufgrund des Abstiegs aus der Premier League mit Burnley auf jeden Fall auch wechseln will. Bei Wolfsburg ist man offensiv überragend aufgestellt, unter anderem auch mit den Neuzugängen Kaminski und Wimmer. Hinten hingegen sucht man neben Borneau, Lacroix und Van de Ven noch einen weiteren Innenverteidiger und da alle drei ja noch eher jünger sind, finde ich, dass hier jemand mit etwas mehr Erfahrung helfen könnte und das wäre Berat Jim City von Atalanta Bergamo. Der 47-fache albanische Nationalspieler war dort größtenteils Stammspieler und hat seine Klasse über mehrere Saisons unter Beweis gestellt. Er ist ein kompletter Innenverteidiger, gut am Ball, extrem kopfballstark und könnte, nachdem sich Atalanta nicht europäisch qualifiziert hat, nach einer neuen Herausforderung umsehen. Auch wenn Wolfsburg ebenfalls nicht mit europäischen Spielen argumentieren kann, so lässt sich dies eventuell mit ein bisschen mehr Gehalt von Volkswagen regeln und vor allem interessant ist an ihm, dass er in der Schweiz aufgewachsen ist und daher eben Deutsch spricht. Bei Bochum geht es in das gefährliche zweite Jahr in der Bundesliga und die Problemstelle hierbei ist wohl die Innenverteidigung, wo Maxim Leitsch zu Mainz gewechselt ist und auch Bella Kotschab noch gehen könnte. Da Bochum jetzt auch nicht für die großen Transfersummen bekannt ist, habe ich mal geschaut, was ablösefrei zu machen ist und bin hierbei auf Hördur Magnusson gestoßen. Er ist 29 Jahre alt, isländischer Nationalspieler, linksfuß, kopfballstark und torgefährlich und er verfügt über eine große Erfahrung mit vielen Spielen in der zweiten englischen Liga, der Serie A und der russischen Liga plus einer Weltmeisterschaft als Stammspieler. Aktuell ist er noch bei ZSKA Moskau unter Vertrag, bei denen er fast die komplette Saison verletzt verpasste, weshalb man nun eben seinen Vertrag nicht verlängert. Er könnte der Mannschaft mit seinen Führungsqualitäten und auch seiner Flexibilität weiterhelfen, denn er kann außerdem als Linksverteidiger und eben auch als Sechser spielen. Bei Augsburg wird Neutrainer Maasen wohl mit einer Dreierkette spielen und hierzu bräuchte man auf jeden Fall noch einen weiteren Innenverteidiger. Meine Wahl hierfür ist Josip Schutalo. Der Kroate hat jüngst bei seinen ersten zwei A-Länder-Spielen bei 2 1 zu 0 Siegen gegen Dänemark und Frankreich sein Talent gezeigt. Er ist 22 Jahre alt, spielt bei Dinamo Zagreb und hat einen Marktwert von 8 Millionen Euro und ich meine, Augsburg hat ja mit dem Transfer von Pepi gezeigt, dass sie eben bereit sind, viel Geld vom Investor in junge Talente zu stecken. Und nun hat man mit Maasen ja auch einen jungen Trainer verpflichtet, der eben aus der Jugend kommt und weiß, wie man mit Top-Talenten umgeht, wie sie ja auch beim BVB waren, wo er Trainer der zweiten Mannschaft war. Schutalo ist torgefährlich und mit seiner Spielstärke und 4 Assists passt er perfekt in die rechte Innenverteidiger-Position in einer Dreierkette. Beim VfB Stuttgart hat man letzte Saison auf jeden Fall gemerkt, dass ein Stück weit erfahrene Führungsspieler fehlen, auch wenn man sich am Ende noch retten konnte. Und deshalb habe ich mir jemanden rausgesucht, auf den genau das zutrifft und der seit fast 10 Jahren auf gutem Bundesliga-Niveau spielt. Und das ist John Anthony Brooks. Er ist ablösefrei nach seiner Zeit in Wolfsburg und würde den VfB in der Innenverteidigung in der Breite stärken, vor allem wenn man auf eine Dreierkette setzt, da man als gelernte Innenverteidiger nur Mafropanus, Anton und Ito zur Verfügung hat. Kommen wir nun zur Hertha. Und da fehlt mir im Kader so ein bisschen die nötige Kreativität. Und daher habe ich mich mal umgeschaut. Und vielleicht ist mein Vorschlag auch ein bisschen zu fußballromantisch, aber ich würde sehr gerne sehen, dass die Hertha Harni Mukta verpflichtet. Der mittlerweile 27-Jährige durchlief alle Hertha- und DFB-U-Mannschaften, konnte sich aber nie langfristig durchsetzen. Nun zerschießt der beidfüßige Deutsch-Sudaner jedoch bereits seit mehreren Jahren die MLS. Zum einen mit Toren, aber auch mit Assists und ist dort eben einer der besten Spieler der Liga. Er kann offensiv alles spielen, aber kommt meist als Zehner zum Einsatz und sollte mit seinem Marktwert von 8 Millionen Euro für einen Verein wie Hertha zu stemmen sein. Ich würde die Rückkehr auf jeden Fall sehr gerne sehen und ich traue ihm auch in der Bundesliga gute Leistungen zu. Beim Zweitligameister Schalke 04 braucht man auf jeden Fall einen Torwart und ich werfe auch hier mal den Namen Ortega rein. Man sollte, wenn es möglich ist, alles tun, ihn zu verpflichten. Aber für Schalke sehe ich das jetzt schon als sehr unrealistisch an, vor allem in Anbetracht der Konkurrenz um ihn. Alternativ habe ich einen Österreicher, aber einen besseren wie Freisel, keine Sorge, liebe Schalker. Und zwar handelt es sich um Patrick Penz von Austria Wien, der angesichts der finanziellen Lage von Schalke sogar sehr gut wäre, da er eben ablösefrei zu haben ist. Er hat einen Marktwert von 1,7 Millionen und ist vor allem spielerisch stark und bindet sich gerne und auch gut in den Spielaufbau mit ein. Trotz einer Größe von nur 1,85 ist er technisch gut ausgebildet und würde Schalke im Vergleich zum Vorjahr auf der Torhüterposition weiterhelfen und auch eine langfristige Lösung darstellen, da er mit seinen 25 Jahren auch noch Entwicklungspotenzial hat. Und nun der letzte Verein, der zweite Aufsteiger mit Werder Bremen. Da sind die zwei wichtigsten Planstellen, die 6er-Position und die Linksverteidiger-Position. Ich habe mich jetzt letztendlich mal für einen Linksverteidiger bzw. einen linken Schienenspieler, wie er es ja in der Dreierkette unter Ole Werner ist, entschieden. Es handelt sich um Leat Pagarada von St. Pauli. Drei Tore und elf Vorlagen in 37 Spielen sind ein enorm starker Wert für den 27-Jährigen, der für Bremen im Vergleich zu Chiare ebenfalls von St. Pauli finanzierbar sein sollte, da Pagarada mit 1,5 Millionen Euro nur die Hälfte von Chiare's Marktwert vorzuweisen hat. Das waren also meine Vorschläge, jeweils ein Transfer für jeden Bundesligisten für die neue Saison. Schreibt mir gerne eure Meinung zu meinen Transfers in die Kommentare, aber lasst auch gerne mal eure Vorschläge für euren Verein oder für andere Vereine in den Kommentaren da. Und dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.